Das Tesla Model X wird immer öfters auf heimischen Straßen gesehen. Dieses Elektro-SUV mit den stattlichen Maßen zählt zu den auffälligsten Autos. Das aerodynamische Styling ist geprägt von großen Glasflächen und den hinteren Flügeltüren. Der Innenraum wird schlicht, ist aber luxuriös gestaltet und bis zu sieben Personen sind zugelassen. Über das zentrale Display lassen sich alle Funktionen steuern. Die Fahrleistungen vom Model X können sich sehen lassen. Der Tesla beschleunigt in 4,9 Sekunden von 0 auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 kmh. Dafür verantwortlich sind beim Model X D100 262 PS an der Hinterachse und ebenso viel Power an der Vorderachse. Zu den Positiver beim Model X gehört auch der üppige Laderaum. Der vordere Kofferraum schluckt immerhin 187 Liter, der hintere bis zu 2.493 Liter, sofern man das Fahrzeug als Fünfsitzer nutzt. Unser Fazit, ein elektrisches Fahrvergnügen der Superlative ist mit dem Model X angesagt. Aufladen kann man dieses Elektro-SUV entweder am Heimnetz oder beim Tesla Supercharger. Mit der Smartrex-Kupplung stehen auch die meisten Ladestationen zur Verfügung. Und wer sagt, dass es beim Autobau keine innovativen, lustigen Ideen gibt? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Daswirt, ein augmentedirdischer Wahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Daswirt mirstroke. Untertitelung des ZDF, 2020